Schafft der DAX die 12.000-Punkte-Marke, wo sich jetzt doch Entspannung im Handelsstreit andeutet und China zumindest auch schon mal die Zölle vom 1. September verschoben hat? Oder folgt auf die Erholungsrallye ein schnelles, saisonales Ende? Schauen wir auf Charts und Daten mit Nikolai Tietze von Morgensdännis. Schönen guten Tag, Herr Tietze. Hallo Frau Erhard, grüße Sie. Ja, der DAX hat knapp 12.000 Punkte mit dem September gestartet. Hat das charttechnisch denn eine Bedeutung für diesen Börsenmonat, dass es 12.000 Punkte fast schon sind? Naja, entscheidender war eigentlich eher der letzte Handelstag im August, letzte Woche Freitag, wo wir ja signifikant die 11.850er-Marke überwinden konnten. Und wir sehen das ja auch hier im Chart. Das hat uns im letzten Monat so stark beschäftigt. Wir waren in einem Seitwärtskorridor von 11.500 Punkten auf der Unterseite, 11.850 auf der Oberseite. Genau in der Mitte bei 11.666 verlief ja oder verläuft noch die 200-Tage-Linie, die für viele Anleger ja doch so eine Art Gradmesser sind. Jetzt sind wir wieder da drüber. Und charttechnisch sieht es zumindest so aus, als ob wir die 12.000 überwinden können und an die nächsten signifikanten Widerstände bei der 12.200, 12.300-Punkte-Marke laufen können. Also die 11.850 war wichtiger als die psychologische Marke 12.000. Jetzt haben wir aber den September. Und die Statistik lässt da eigentlich wenig Hoffnung von wegen Comeback in September. Ja, in der Tat. Wenn man sich die letzten 20 Jahre nochmal, wenn man die Revue passieren lässt, dann sieht man, dass der September ein sehr, sehr schlechter Börsenmonat ist. Erst im Schnitt hat der DAX dort 2,1 Prozent verloren. Also tiefrot, da sollte man aufpassen. Aber nichtsdestotrotz ist der Oktober dann auch wieder mit einer der besten Börsenmonate mit mehr als 3 Prozent Zuwachs. Und die letzten Jahre haben auch gezeigt, dass diese Sprichwörter bzw. dass diese Rückblicke dann halt auch nicht ständig so passen. 2015 war zum Beispiel ein sehr, sehr guter September. Die letzten beiden Jahre waren auch nicht so schlecht. Also von daher könnte es auch so sein, dass viele Investoren eventuell die Weihnachtsrallye vorwegnehmen und halt auch schon im September wieder in die Märkte kriegen. Also im September noch alles möglich. Ein Durchschnittsminus von 2,1 Prozent. Derzeit sehen wir aber auch eine fallende respektive niedrige Volatilität. Sagt man, wann ist denn Volatilität eigentlich niedrig? Ja, das ist ein guter Punkt. Die einen sagen so, die anderen so. Nehmen wir uns zum Beispiel den VDAX New zur Hand. Das ist ja, genau, das ist der Index, der von der deutschen Börse berechnet wird und die Volatilität der nächsten 30 Tage sozusagen misst in den DAX-Aktien. Und wir sehen es ja hier, der VDAX New steht aktuell bei 17. Das ist so roundabout mehr im Jahresverlauf, mehr so die untere Mitte, würden wir sagen. Und der VDAX gilt ja mehr so als Angstbarometer. Sprich, wenn er hoch ist, sehen wir auch hier im August, als es stark nach unten ging, ist der VDAX nach oben geschnellt und gilt so für viele als Angstbarometer. Also wenn er hoch ist, dann fallen die Kurse. Das muss aber nicht so sein, denn der VDAX drückt eigentlich nur aus, welche erwartete Handlungsspanne der DAX haben wird in den nächsten 30 Handelstagen. Und da ist es völlig irrelevant, ob es dann nach unten oder nach oben gehen kann. Also demnach müssten die nächsten 30 Handelstage nach einem echt wilden August relativ langweilig verlaufen. Ja, also werden wir das mal mathematisch berechnen sozusagen. Das kann man, das kann jeder Investor oder jeder Interessierte auch mit einem simplen Dreisatz. Ich nehme jetzt den DAX-Stand. In dem Falle gehe ich jetzt mal, weil es leichter ist, von 12.000 Punkten aus, auch wenn wir gerade aktuell etwas niedriger sind. Nehme das mal dem VDAX, also mal 17 Prozent und das Ganze nochmal auf 30 Tage runtergebrochen mit einer Wurzel. Und dann komme ich auf eine Punktemarke von 615 Punkten. Das heißt, dass die Marktteilnehmer im Groh erwarten, also mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 70 Prozent, dass der DAX in den nächsten 30 Tagen in einer Schwankungsbreite von 12.615 beziehungsweise knapp unter 11.400 Punkte verharren wird. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine hohe Volatilität nehmen von 25, die wir auch im August gesehen haben zum Beispiel, wir sehen das hier ganz schön, knapp 25, da wäre zum Beispiel die erwartete Handlungsbreite 860 Punkte auf der Oberseite beziehungsweise auf der Unterseite gewesen. Was dann schon eine ganze Menge ist. Nun sagt man immer, ja, niedrige Volatilität macht bestimmte Anlageprodukte günstiger, niedrige Volatilität macht andere wieder teurer. Wer dieses Volatilitätsthema stark in seine Strategie mit einbezieht, was machen die dann oder was sehen Sie gerade im Handel, was die Leute aus dieser mäßigen beziehungsweise niedrigen Volatilität im Moment machen? Ja, eigentlich ist es ganz einfach. Je höher die Volatilität, desto höher ist zum Beispiel auch die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass ich zum Beispiel mit meinem Investment im Plus liege, weil ich eine größere Schwankungsbreite einfach habe am Markt. Sprich, bei einer hohen Volatilität sind klassische Optionsscheine optisch recht teuer. Mathematisch sind sie fair gepreist, aber sie sind teurer gepreist als bei einer niedrigen Volatilität. Sprich, klassische Optionsscheine können etwas teurer sein. Im Umkehrschluss profitiere ich aber zum Beispiel bei Discon-Zertifikaten stark von einer hohen Volatilität, weil dort verkaufe ich nämlich eine Option. Sprich, mein Rabatt ist dort höher. Sprich, alle Produkte, die eine Seitwärtsvorgehensweise haben oder ein Renditeziel auf Seitwärtsmärkte haben, die profitieren von den Produkten von einer hohen Volatilität. Also wir haben jetzt bei niedriger Volatilität klassische Optionsscheine sozusagen etwas günstiger. Das trifft aber sozusagen auf die Klassiker zu. Wer sonst noch das Wort Optionsschein im Namen trägt, zum Beispiel Inliner, würde davon wiederum nicht profitieren. Ist das der logische Schluss? Ja, der logische Schluss ist zum Beispiel, wenn wir uns einen Discount-Optionsschein anschauen, da habe ich ja natürlich auch einen Basispreis. Wir haben einen klassischen Optionsschein. Ich bin aber nach oben begrenzt mit meinem Renditepotenzial. Dort sieht es so aus, dass ich bei einer hohen Volatilität auch höhere Seitwärtsrenditen erzielen kann. Bei niedriger Volatilität habe ich natürlich weniger hohe Seitwärtsrenditen. Allerdings muss das auch nicht schlecht sein, weil dann gehe ich ja auch davon aus, dass der Markt nicht so stark schwankt. Sprich, mein Risiko ist ein völlig anderes. Das muss ich immer als Anleger beachten. Wenn ich nur auf die Kennzahlen schaue, das mag vielleicht ein Teil der Investmententscheidung sein, aber ich muss mir natürlich dann auch das Risikos bewusst sein. Gerade zum Beispiel auch bei Knockout-Zertifikaten. Ich sollte eigentlich dann nicht nur auf den Hebel schauen, sondern dann auch schauen, okay, wie hoch ist denn die erwartete Schwankungsbreite im Markt und kann es dann sozusagen auch mein Knockout-Zertifikat treffen, weil die Märkte halt so schwanken. Nikolai Tietze, vielen Dank. Gerne. Eine einzige Kennziffer macht noch kein positives Börsendepot. Derzeit ist es aber so, dass die Volatilität vergleichsweise niedrig ist. Nach einem relativ wilden August, jetzt ist sie ungefähr bei 16, 17 im DAX, das heißt mit niedriger Volatilität, sind klassische Optionsscheine vergleichsweise günstig. Das sieht bei anderen Produkten, Knockout-Produkten schon wieder ganz anders aus. Und da, sagt Nikolai Tietze berechtigt, ist dann auch das Risiko deutlich höher. Also eine Kennziffer macht es noch lange nicht aus.